Ja, schönen guten Tag zusammen, hier ist mal wieder der Herr Joris von der AfD in Düsseldorf. Es geht um unser Wahlprogramm und die Bundestagswahl und heutiges Thema Gendersprache und Genderschreibweise. Dieser Unsinn wird ja mittlerweile in Universitäten und Verwaltungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen eingeführt und durchgesetzt. Das ist eigentlich ein Elitenthema der linken Parteien, die glauben, dass sie mit Veränderung der Sprache das Bewusstsein in den Köpfen verändern können. Das hat es in der Geschichte schon mehrfach gegeben, diese Versuche, sind alle kläglich gescheitert. Jetzt soll es halt quasi per Orde dem Mufti umgesetzt werden. Zwei Drittel der Bevölkerung, also gutes Zwei Drittel der Bevölkerung, lehnen die Genderschreibweise und Gendersprache ab. Und das sind bei Weitem nicht alles Leute, die Minderheiten diskriminieren wollen. Also ich gebe mal ein Beispiel, das habe ich auch im Stadtrat in der Rede verwendet. Wenn ich zum Bäcker gehe, dann kann das eine Bäckermeisterin oder Bäckermeister sein. Das ist für mich selbstverständlich, da denke ich gar nicht drüber nach. Ich denke aber nicht, ich gehe zur Bäckermeisterinnen. Also so einen Unsinn, den braucht man nicht. Und wenn Sie das auch nicht möchten, müssen Sie am 26. September die AfD wählen. Danke sehr.